Ich bin der Kaspar König. Ich bin der Initiator von der Slow Biking Contest und das handelt alles um Entschleunigung. Wenn ich immer um mich herum gucke, wird alles nur schneller und schneller und schneller. Und Slow Biking ist wirklich etwas, wo man entschleunigt, wo man langsamer wird, wo man wieder kurz übers Leben nachdenkt oder länger übers Leben nachdenkt, dabei trotzdem ein bisschen aktiv ist, schöne Musik dazu gehört und Preise gewinnen kann. Also wir belohnen die Leute, wenn sie langsamer werden und das ist unser Ziel. Finish, Start, es wird so einfach. 11 Meter, 60 Zentimeter. Eigentlich darf man nicht absteigen und man darf nicht über die Linie gehen, aber ansonsten sind die Preise wirklich im Greifweite. Also es ist so einfach, es ist so easy. Slowly, slowly, yes, look at that start, that's a more, it's better start, it's even. Yes, please. Wow, this is driving, a professional slow biker, and not far from now. Look at it, nothing. Now we are there. Now we are loading. You, 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 you. This is going very, very well. We want eigentlich mit weniger mehr erreichen, Langsamkeit propagieren, schöne Töne, schöne, ja, schöne Ergebnisse oder schöne Erlebnisse erzeugen, die mit ganz wenig Mitteln, nämlich eigentlich Kreide und eine Stoppuhr und ein Fahrrad gemacht werden. Und alles drumherum wird einfach schön eingekleidet und es wird immer mehr zu einer Gesellschaft, ja, Gesellschaftswandel, hoff ich, ja.